Ok, wie viele zähl ich? Drei, fünf. Fünf Leute, die mir im Weg stehen. Das krieg ich easy hin. Karl kriegt das einfach hin. Guck mal, schon den ersten beseitigt. Da waren es nur noch vier. Da waren es nur noch drei. Oh, am letzten jetzt so hart. Ok, ich habe es kurz rucklau. Ah ja, was ist denn das jetzt hier? Oh Gott, hallo. Kannst bitte wieder flüssig werden? Dankeschön. Gut, nachdem sich das Spiel wieder erholt hat, können wir weitermachen. Den Mittleren können wir nicht ausschalten, weil da guckt einer. Oder? Ich würde es eigentlich gar nicht ausprobieren. Aber ich muss... Da waren es nur noch zwei. Egal, dann haben sie es jetzt bemerkt. Wieso rucket denn das jetzt hier? Hallo. So, den würde ich direkt auch dazu ausschießen. Bruder! Ich lasse es jetzt mal nicht zählen. Da war es nur noch einer. Und alle ausgeschaltet. Perfekt. Also, dieses kleine Missgeschick werde ich jetzt nicht dazu zählen. Äh, es war jetzt einfach wieder komisch. Na gut. Dann machen wir mal hier dieses Geschütz kaputt. Oder die Flugabwehr, eher gesagt. Und lass es sprengen. Gut. Obwohl der Lärm sicher für ungewollte Aufmerksamkeit sorgen wird. Nö. Hat er irgendwie nicht. Keine Ahnung, sind die irgendwie taub? Oh die. Was ist mit dir los? Ich renne zu denen aber hin. Danke mit euch! Was? Oh scheiße, da ist noch einer. Nein, 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 nein. Carl! Du Idiot! Okay, eigentlich war ich der Idiot. Oh shit! Oh shit, 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 shit! Wo, wo ist er? Hm. Hm. Gehen wir erstmal hier rüber. Oh fuck, das sind richtig viele. Scheiße! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo ist der Kerl? Oh fuck. Ist der weiter oben? Ja, ich sehe ihn. Oh fuck. Gut. Oh fuck, nein, nichts gut. Geh weg! Junge, ich hasse das, wenn die auf einmal explodieren. Weil ich denen irgendwie die Flinte weggeballert hab. Mann, was soll ich denn da machen? Ganz ehrlich, das ist so bescheuert gemacht. So, nochmal. Grüß der Kerl. Da ist noch ein Scharfschützer, warte. Schalten wir den mit aus. Warte, weiter. Ein Weitschuss. Perfekt. Hat sich gelohnt. Alright. Haben wir da hinten schon mal geklärt. Und die sind abgerenkt. Die denken nämlich, ich bin dort hinten, ne? Weil das stimmt gar nicht. So, jetzt machen wir sie einfach aussetzen. Aha. Ich bin der alte Hitman einfach. Ich komme von hinten und ich komme auch von vorne. Kann ich den Panzer ausschalten? Ich muss gucken, welche Schwachstellen die haben. Kein Risiko ein. Da unten hat er Schwachstellen. Wir müssen aber unten bleiben. Ist er jetzt beschädigt? Es sieht aber so aus. Aber er fährt noch. Ne, warte. Scheiße. Ich Idiot. Warte mal. Wenn ihr jetzt nochmal da lang fährt. Dann wäre es perfekt, wenn ich ihm jetzt das Auto da kaputt springe. Ne, ok, es klappt nicht. Wir brauchen es gar nicht versuchen. Irgendwie kann ich dieses Ding immer noch fahren. Ich weiß nicht warum. Ich will aber das Teil noch kriegen. Was wollen wir da unten? Lagerhaus untersuchen. Mach ich doch gerne. Hä? Hä? Seid ihr irgendwie komisch in euren Ohren? Hier ist doch keiner. Ne, geh mal nicht nachsehen. Ne, da ist nichts. Mach ich weg, Action. Ist mir jetzt egal. Kommt hoch! Na los! Shit. Okay. Großes Risiko. Ist mir aber egal. Dafür lohnt es sich. Und jetzt hier hoch. Ich sehe noch keinen. Da steht einer. Au, au, au. Was hat mich da so hart getroffen? Wer schießt bitte? Oh, verdammt. Nochmal. Ruhig, Jungs. Ruhig. Einer weniger. Ja, traut euch. Kommt hier hoch. Bewegt euren Nazi-Arsch hier hoch. Okay, der ist gar nicht rum. Alles gut. Wer lebt denn hier noch? Komm. Komm her. Zeig dich. Scheiße. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Ich habe mir ein hohes Risiko gegeben, aber dann so verkackt. Okay, nee. Machen wir es doch anders. Also, wo ist denn das jetzt? Ist es oben oder unten? Plündere die deutsche Waffenkammer. Das sieht aber aus, als wäre es oben. Das ist hier das andere Ziel. Okay. Das ist doch unten. Hier kann ich runter. Okay, in diesem Raum ist keiner. Weil sie suchen nach irgendwas. Ich nehme mal hier die Sniper. Oh, 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 oh. Warte. Wo komme ich hier am besten raus? Da hinten ist raus. Ich war nicht hier. Kein Problem für Karl. Easy. Was haben wir jetzt noch? Also, wir könnten noch den Panzer ausschalten, aber... Vielleicht gehe ich halt nochmal zurück. Ich weiß nicht. Komm, wir gehen nochmal zurück. Ich will ein bisschen Panzer zerstören. Ich habe jetzt Bock auf Panzer. Das ist noch ein Boot. Das könnten wir eigentlich auch ausschalten, aber... Nee, lass mal. Panzer reicht schon. Okay, ich bleib mal hier hinten. Werner kommt jetzt hier hoch. Die beiden kommen hier runter. Geh weg. Schieß mal den Weg. So, wo ist der denn? Dort hinten. 120 Meter entfernt. Zwei Leute sind dort hinten. Jetzt sind da drei. Kann ich mir nicht mehr direkt zeigen, wer da alles ist? Okay. Hier ist eine gute Stille. Und ich kann es jetzt sehen. Und hier fliegt die Mücke rum. Auf den Boden legen. Die Ketten muss ich abschließen. Oder? Scheiß Panzer. Warte, warte. Warte, warte. Drehen wir uns kurz rum. Nee, nee, da hinten kann ich auch noch einschließen. Hat das jetzt gereicht? Vor allem der Panzer wird die ganze Zeit erschossen. Oder angeschossen, eher gesagt. Und das juckt ihn gar nicht. Er fällt immer noch seine Runden, ne? Junge. Na, seinen Job will ich auch mal haben. Fuck ja, aber ich bin jetzt hier eingeklemmt, oder? Kommt jetzt hier nochmal zurück? Ich kann... Was kann ich denn da noch erschießen? Außer die Ketten. Das sollte nur noch eine Möglichkeit sein. Fuck, sie kommen. Fuck, sie kommen. Geh einfach weg, man. Du störst mich. Jetzt legen sich noch mehr Leute zu meiner Position. Hallo. Danke, dass er explodiert ist. Gleich Doppelkill. Okay, der Panzer kommt jetzt wieder zurück. Das ist unsere Chance. Kann sich die Wespe bitte verpassen? Die fliegt hier die ganze Zeit rum. Okay, dort ist unser Angriffspunkt. Was? Wir haben zwar nur den Fahrer gekillt, aber... Scheiße. Jetzt sind die Nazis... Sauer auf mich. Bisschen Ablenkung. Schade nicht. Ne, ich muss mit dem Sniper spielen. Jetzt gibt's richtig Ramazama. Fuck. Ihr Hundesöhne. Schieß hier auch gerne deine Rippe weg. Der kann halt immer noch schießen. Und die da oben schießen auch. Verpiss dich. Was kann ich denn da auch machen, Junge? Ey, ist das beschissen gemacht? Ich kann da nichts machen. Bruder, verpiss dich doch von hier. Richtig. Boah, hat der mich jetzt sauer gemacht. Tut mir leid. Wieso ist der jetzt nicht tot? Wieso ist der jetzt nicht tot? Stirb doch einfach. Hallo. So ist rumgeflogen. Jetzt kommen hier nochmal zwei Vollidioten. Was soll ich da machen? Ey, es ist so beschissen gemacht. Ey, das ist echt das Level, wo mich die Kai ankotzt. Geh weg, du... Was soll ich sein? Ja, du kannst auch weggehen. Oh Gott, oh Gott. Da oben kann ich noch schießen. Habe ich jetzt alle gekillt? Nee, der Panzer ist immer noch nicht tot. Können wir versuchen, die Ketten anzuschießen. Das wird auch nichts bringen. Müssen wir irgendwie wieder eine Schwachstelle finden. Ach, ich brauche meine Lagen, warte mal. So. Ja, zeig dich. Gut, dass die mich gar nicht treffen. Hallo, hallo. Oh mein Gott, Carl. Oh mein Gott, Carl. Ich will ihnen die Zeit lassen, Carl. Komm, wir gehen jetzt ganz nah ran. Da kann ja nichts machen. Warte! Ich dachte, da ist keiner mehr. Boah. Wie dreckig. Wie dreckig. Wie dreckig. Dieser Schwein. Ist da noch eine Schwachstelle. Ich kann TNT reinmachen. Verschwinde, du scheiß Panzer. Nervst mich. Und ich lasse noch ein paar Steine rein. Ja. Na endlich. Ich wusste gar nicht, dass im zweiten Weltkrieg die Panzer so schwer waren. Aber kann halt wirklich sein. Ja, warte. Warte, warte. Ich weiß, dass meine Deckung aufgeflogen ist. So. Wie viele Ziele haben wir noch? Ui, noch eine Menge. Wir haben noch einen Panzer. Uff. Also ich weiß nicht, ob ich noch den zweiten ausschalten möchte. Kommt drauf an, wie viel Lust ich hab. Aber jetzt erstmal nicht. Jetzt will ich erstmal hier weg. Ich existiere nicht. Komm, geh weg. Wir haben einen angeschossen. Hä? Ja, schneller schießen. Ui. 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 Ja. Ui. Ui. jetzt kann man ein bisschen beruhigen wir die lage ist wieder außer kontrolle unter kontrolle gut finde heraus was die deutschen da transportieren genau das ist ja unser hauptziel das hat der riva und jack über weg wieder uns ja gesagt irgendwo in der south sind ganz schön hell da drin aber nicht mehr lang ich bin nicht da jungen stand da so offensichtlich dran system ja krall spricht doch noch lauter ich komme ich jetzt hier raus müssen darüber nee alter und da sind nicht viele wo ich vorbeigehen muss ich springe aus dem fenster jawohl es hat wirklich geklappt hier ist nicht der panzer ich komme nicht hier vorbei alles noch im grünen bereich das könnte ich ja benutzen wenn da eine vorbeigeht oder wenn der patzer da entfährt dann merke ich dass ich das markieren oder so 80 meter panzer ist hey was ist jetzt passiert auch diese fässer da sind jetzt explodiert ich junge das passiert nur mir markieren wir noch den panzer soll sie markieren wieso markiert die ihn denn nicht das ist egal so gehen wir hier rüber so schieß rüber hat super viel gebracht man ich dachte dir wäre schon da okay wenn der 80 steht muss ich schießen also kurz vor 80 so in drehe 90 3, 2, 1, los muss ich mir wechseln hä? oh ich habe es geschafft okay ich dachte schon ich habe ihn getroffen oh ich habe ihn getroffen oh ich kann es es tut mir leid dass ich jetzt so verkacke hinter mir oder? Ja, ich rufe mir jetzt auch noch hinter mir. Am besten hier hoch. Ja, Junge, was soll ich machen? Ich will doch da hochklettern jetzt. Lass mich doch in Ruhe, Mann. Soll ich jetzt rennen? Ja, einfach rennen. Danke schön. Jetzt schickst du der Nächste, Alter. Jetzt mich verrauschen. Okay, Mann, das ist stumm, bitte. Geil, die sind gepanzert. Gehen wir hier runter. Hallo, schieß doch. Mann. Diese stirbt der Bauch nicht, echt. Ich krieg die Krise bei diesem Level. Bei allem immer. Junge, man spawnt ja wieder bei der größten Hölle. Ja, ich bin echt. Eigentlich bin ich echt ein ruhiger Mensch, aber hier triggern wir. So. Jetzt rennt einfach rein. Rennen. Stirb doch einfach. Bandage rüber. Los. schon in deckung rüber 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 wird wir können eine ladung platzieren und dann direkt ausbrechen das aufbaut aufgabe ich bin ich schon wieder nein was soll ich machen ich werde von zwei seiten angeschossen was soll ich bitte machen das schuss verfehlt ich habe ihn doch getötet was willst du denn von mir es ist ein stress hier gerade dieser part wird wahrscheinlich super lang sein da hinten muss doch ausgeschöpft werden wo ist er dort warte warte ist berühmt da kommt noch einer die zielhilfe bringt hier gerade gar nichts das ding ist da ist halt auch noch ein ziel was soll ich denn machen das ist halt auch noch ein ziel das ist halt auch noch ein ziel der rüber ist Vielen Dank.